Was kommt denn da, was kommt denn da, das Krokodil aus Afrika? Macht's maulweit auf, macht's maulweit auf, will fressen unseren kleinen Christian auf. Doch der Christian, der sagt, nein, Krokodil, lass das sein, sonst sperr ich dich in eine große Kiste hinein. Doch der Christian, der sagt, nein, Krokodil, lass das sein, sonst sperr ich dich in eine große Kiste hinein.